Und dann mal gucken. Oh nein, jetzt wisst ihr wo meine geheime Basis ist. Wo mein Motorradklo... Oh, Gottes Willen. Ich hab jetzt aber Angst. Und dann, wo mein Motorradklo... Juhu... Ich bin am dir. Ich bin hier. Ja, da drin. Das ist mir mal. Ja. Ja, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Offen. Water. Und jetzt schon. Alles schon. So. Dann machen wir ein bisschen lustiger. Dunkel. Hinsetzen. Okay, hat keine Lust zu spielen. Dann spielen wir halt alleine. Auch kein großes Ding. Wir nehmen mal Entschuldigung an der Stelle. Für den kleinen Ausrutscher. Wir nehmen immer das Standardplan. Standardplan. Und die Strecke. Und. los. Wie soll das jetzt? Ach, da muss man lang. In der Wand? krass der gefühl man fährt die ganze Zeit nur runter da bis erst nicht geschickt ist gerade nein, er hat voll looping nicht geschafft kühl krass noch weiter außen anfangen oder was weiter in jetzt Patrick verstanden jetzt Patrick schlauer passt auf, jetzt jetzt Patrick schlauer ne, Patrick nicht dumm wie klum klum der immer dumm dumm der immer klum klum braucht boah noch mal gerettet ALTER ALTER wie geil ist einfach die Strecke wenn man weiß wo man hin muss hm 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 hier berühren mit dem Wagen und dann ist dein Leben vorbei dann fliegst du raus cool das hat Moni kapiert hm hm halleluja als ob als ob wahrscheinlich so wahrscheinlich sind sie sapke drauf hm 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 ist einfach cool die Strecke wenn man weiß wo man hin muss hm einfach nur cool und geil gemacht die Strecke ja die gefällt mir auf jeden Fall so dann nehmen wir mal die nächste Strecke dann rucks da wieder kein unbekannte Netzwerkfehler an und sagt aber wir müssen noch drei Strecken fahren wenn man kundi für urwerben wenn man kundi für urwerben auch da 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 sa du daat sta au oh Buckstar auf ich bin hier mal kein unbekamenter Netzwerk Vik So, was wäre der Nächste, ja genau, hatten wir schon, Entschuldigung, das ist der Nächste. So, was wäre der Nächste. So, was wäre der Nächste, ja genau, was wäre der Nächste, ja genau, was wäre der Nächste. So, was wäre der Nächste, ja genau, was wäre der Nächste, ja genau, was wäre der Nächste. So, die sind jetzt um. So, jetzt habe ich Fahrt gehauen, ja, das geht sehr gut. Komm, wir nehmen unsere aufgemurzte Maschine mal hier, vielleicht nutzt ihr uns was. Okay. So, bevor die Kuh in Wöhne ist eine Runde rollen. Ich habe das Gefühl, dass es immer steiler wird oder nur eine optische Täuschung. Es wird immer steiler. Ah, du scheiße. Ach, du scheiße. Wir kommen zu eben noch da hoch. Oh, kacke. Oh, ho, ho, ho. Halleluja. Wie viel habe ich es eingestellt? Zwei Runden, ne? Oder drei jetzt. Ich glaube, eine hätte ausgereist. Oh. Wirklich, es ist nur so eben. Ah! Boah, ich bin jetzt erschrocken. Boah. Kannst du nicht drehen. Halleluja. Hui. 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 Und. Und. Oh, Wahnsinn. Nein. Als ob du da so spawnst. Als ob. Als ob. Ja, da sind noch Löser hier. Ja. Klar. Ja. Als ob er da noch Löser und Eis eingebaut hat. Als ob. Ja. Klar. Ach, komm schon. Was ist das denn für eine Pissnäcke, ey? Als ob, ey. Hier ist noch schwieriger, ey. Maaann. Ja. So eine Vogel nicht, ist es so. Als ob. Da war ... Wie ist die Leute? Äh... Ja.